Jo, Oriana countet Ari, oder? Jo. Und da kommt noch ein Darius von Toplane und Flamed mit. Da lacht man auf, du. Jo. Der war wahrscheinlich sauer, weil ich den gecampt hab, nachdem er seinen Flash verballert hat. Alter, was dauert denn da so lange, Flash Java? Das war aber nur ein bisschen aggressiv, weil der Jungler auf Level 2 gekommen ist und nicht für's Bluff gekommen auf Double. Ja, liebe Leute, warum das hier so lange dauert, das liegt alles an Alpen. Der hat jetzt neue Leitungen, aber trotzdem Neuigkeiten. Keiner verkauft dieses scheiß Buch, Mann. Du, aufnehmen, du Bauer. Ja, natürlich bin ich am Aufnehmen, hab ich ja vor einer halben Stunde schon gesagt. Der labert. So, haben wir nicht ein schönes Studcenter? Ihr könnt ja auch mal die Decke begutachten. Aber kein Scheiß. Ja, geteilt. 361 AT hat, ja? Oh Gott. Warum 164? Ach so, Friendliness. Deswegen sind die so stark. Boah, geil. Warte, 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 warte. Oh mein Gott. Was denn? Äh, das, dieses Avatar-Kostüm. 40% Friendliness. Dazu. Ich hab 55 Friendliness, Alter. Ja, ich auch. Okay. Das heißt, über 140 ATTACK krieg ich nochmal extra von meinem Pain. Endgeil, Alter. Endgeil, Digga. Richtig geil, Digga. Ohne Witz. Ihr könnt euch mal mein Miracle Ring Level 10 ansehen. Ich musste viermal Option-Change-Zone benutzen, damit endlich ATTACK drauf war. Jetzt hab ich ATTACK 285, Skill 62, MaxDS plus 80 und Attribut plus 3,03. Jetzt hast du richtig Promo, richtigen OP. Jo. Jo, hab die Coins wieder vergessen einzusetzen, hab wieder welche umson. Wegwerfen, oder? Ich hab meine... Ey, ich hab extra gesuchtet, damit ich jeden Tag den Coin kriege, damit ich mir diesen fucking Ring holen kann. Nachdem wir die Aufnahme beendet haben, war ich erst mal im Monat nicht mehr drin. Boah, 7 Tage Digi-Aura kostet 5, was? 5 Coins. Valentine-Coin. Anja, Valentinsack ist ja. Wow. Oh, stimmt auch noch, ne? Muss man Moussa auch noch was schenken. Ey, Moussa. Nein. Schenkst du mir auch was? Ja, Kleines. Ich will Rosen. Ich schick dir ne Rose. Kann sein, dass du bis dahin schon weggehst. Der liebe Schaukel. So, und vom Alten will ich auch ne Rose haben. Was? Von Alten will ich? Fuffi. Wisst ihr, was ihr von mir bekommt? Winterkirschen. Schwanz. Ne, ne, Winterkirschen. Google mal. Nice. Diese fette Winterkirschen von Cherry Monat. Nein, nein. Sinterkirschen. Ey, schon wieder dieser Bug, ich kotze gleich. Warte mal, ich lese dir mal vor, was Winterkirschen sind. Oh, bitte nicht. Ich weiß, was Winterkirschen sind, du Bauer. Hämorrhoiden. Ja, das weiß ich auch. Hämorrhoiden. Hämorrhoiden. So, Winterkirfen. Wikipedia. Wieso willst du die los sein? Hast du viele davon, ja? Wie? Wie? Es gibt keinen Eintrag. Was ist los mit denen? Hämorrhoiden. 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 Ach ja. Das sind die kacke Stücke, die in deinen Arsch hängen bleiben. Der Muster kennt das. Ja, ja. Der Hase. Mach ich auch mit Absicht, lass den mal trocknen, weißt du? Ja, das sind Winterkirschen. Ja, war eklig, ne? Endgeil, dass ich da raufkomme, ja? Endgeil. Ja, zu gespieler halt. Ey, musst du meine gestern pflücken. Boah, boah. Bei dir fallen die Eile runter Hab ich den Mut? Was? Du musst doch nur wackeln, alles liegt auf dem Boden Bei mir ist Urwald, Alter Ich hoffe echt du nimmst da ab mich auf Sorry, Alter Keine Ahnung, ey War ein langer Tag Hier gibt's Pokebälle Gibt's echt? Ja, voll geil Boah, Alpen, was brauchst du denn du so lange? Warte, Alter, geh mal nicht auf die Eier Ich bin doch schon hingekriegt Geh mal nicht auf die Eier Ja, lad mal ein Ja, kann ich nicht, mein Spiel ist eingefraut und beendet Ja, was brauchst du denn für ein Level 1, der Kack? Ja, irgendwas Level 1 Irgendwas Wenn du was hast, hast du was Hab sogar wieder mit Dingern angefangen Mit Aura Kingdoms, Mann Aura Kingdoms Ich konnte damit nicht aufhören, ich hab schon so viel für dieses Scheiß Tiger Zeit investiert, ich kann damit nicht aufhören Ich hab 10 verschiedene Schlüssel 8 Stück oder 9 Stück, da kann ich doch nicht aufhören 10 verschiedene, was? Ja, Schlüssel für die Achso, ja, genau Ich hab voll viele fast fertig Ja, ich könnte geben hier Gabamon 4, 5 Ultimate Ja, das hört sich doch gut an Hast du doch schon 5 mal gehabt, oder 6 mal? Oder Salamon 4 Champion Ja, Salamon hab ich ja noch Ja, Salamon hab ich ja noch Das kann jetzt bei mir ein bisschen dauern, Jungs Ist doch die Dingenslane, oder? Die, die normale Das ist einfach nur Salamon Das ist Salamon Salamon? Die Salamon Ja, keine Ahnung, die ist hier vom Uria ist die normale, glaub ich Ja, ja, Ofanimon und so Ja, die hab ich ja Bin Channel 5 Wechsel, man Musst grad scannen Du Wechsel Nein Nein Ja, warte Ben im Databox Jump Booster Yokohama Area Boah, Hammer geil, Alter Ich bin so, so stolz Channel 0 Jetzt kack mein Spiel ab, dann report ich erstmal den Dingens Fürs Lieden Und fürs Trollen Wo ist er das hier? Keine Ahnung Zum Maulen Crack mich Anna Bezahl mich Dafür, dass du hier mitmachen kannst Wir müssen ja Gerüchte verstreuen Wir müssen Gerüchte verstreuen Was für Gerüchte? Dass das kostet, wenn man mit mir irgendwas aufnehmen möchte Das ist doch kein Gerücht Tatsache, ne? Das ist die reine Wahrheit Ja, dann musst du auch schon wieder 500 abblättern Das ist das Geld aber verloren, Alter Wenn ich mit dir einmal CSGO spiele und du verlierst Dann machst du keinen Ragekill Du machst keinen Pist Du gehst dann ins Bett, Alter Halt's Maul Ich hab das letzte Game gewonnen, Alter Ich gebaut Ja, hast mich anschreiben können, dass ich mitmach hier Ich hab... Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass du da warst Du hast sogar angeschrieben in Steam, du Bob, Alter Weißt? Ja Voll gar nicht mitgekriegt Erkennst du das nicht, wenn du ingame bist, Alter Habt ihr das manchmal übersehen Nee, weil das scheiß Tüten vom Steam Das hab ich da ausgestellt Ja Ja Selber schuld Ja, selber tut Ich bin der Alpen, ich bin böse Ja, selber tut Geh mir nicht auf den Sack Ja, selber tut Er ist nur ein alter Nerven Was ist denn hier los? Warum kannst du da nicht staken? Ja, dann können die weg Dann bräuch ich so'n Scheiß nicht So, hier Äh, das brauchen wir nicht Dann hatchen wir jetzt gleich ein Dingens Ein Gabumon Was wir jetzt frisch gefangen haben Aus Ghettohausen Let's Hedge Warum schließe ich denn das? Bin ich blöd? So Ja Antwortet bitte nicht Das war so klar Der Musa hat's schon so auf den Lippen gehabt So, äh, ja Nee, das hat was anderes gegangen Deswegen Ja, ja, ja Da dezidiert jetzt so'n Ligger Ja, keiner passt hier mal wieder auf, ey Super Ja, mach gut rein Professionell Ja, lass mich erst mal hatchen, ey Den Apfel Bob haben wir schon, ne? Ey, das Spiel legt das bei mir nur so bene ab Oder kann ich keine Digimon wechseln? Du kannst keine Digimon wechseln Ja, irgendwie geht das nicht Ja, das ist jetzt neu Tastikombination Ja, also, ah Alt Und F4 Ah, okay So wie bei B-Suite, weißt du, kein Ton Das ist die ganze Zeit einfach kein Ton Kein Ton, oder letztens bei Chris hier Der ganze Mikro so und der labert Und dann haben sie es nicht geglaubt, oder was? Ja Ja, wie geil, Alter Dann klopft er mal mit der Hand gegen das Mikro Ha, stimmt ja doch Entgeil, Alter Ja, ähm, lad mal ein Wo wollt ihr leveln? Ähm, ja, Level 1 halt, ne? Level 1, ja? Du Okay, ja Brauch ich, wo halt die Tausende-Booster? Ich hab kein Level 1, ja Du hast zwei Stück, das weiß ich Ja, ist halt Ja, nixen Scheiß Du, du hast Ich hab mir in, äh, Western Village, ne? Fang, Mann Ja, ja Ich hab nix Ah, ah, ich hab vor ungefähr 5 Minuten auf, ähm, Digimon-Tauschen gedrückt Jetzt ist es gut, ne? Na, mal geil Boah, mein Digimon hat jetzt schon 174 Attack, Alter Na, mal geil Na, mal geil Na, mal geil, ich mag das neue Outfit Altmann hat wieder sein Cheetah-Bob-Anzug an Ey, ganz ehrlich, der Spiel lag Hardcore, aber so richtig ab, nochmal Ach, ein Scheißrechner, saust du? Na, mal rechnen als Spitze Spitze Mal rechnen als Spitze Spitzche Spitzche Du bist zu schlecht für Hannah Montana Was? Für Hannah Montana Schreck Für Hannah Montana Warte mal, hast du noch Tausender Booster? Acht Stück sogar, ja Ich hab hier im Ich hab jetzt keinen Bock hier mit einem Einser zu machen hier So, mit einem Einser, go Komm jetzt Ich laufe, ich helfe halt beim Label, ich war mein Starter Ja Nein